Willkommen zurück auf meinem Kanal. So wird das Wetter zum USA Grand Prix. Am morgigen Medientag gibt es eine Regenwahrscheinlichkeit von 85% und nur 15 Grad Celsius Außentemperatur. Am Freitag wird es etwas wärmer. Im Training wird die Regenwahrscheinlichkeit um die 25 bis 30% betragen. Am Samstag steigt zwar nicht nur die Temperatur, sondern auch wieder die Regenwahrscheinlichkeit auf ungefähr 40%. Am Rennsonntag wird es aller Voraussicht nach trocken bleiben. Mehr als 21 Grad Celsius wird es nicht geben. Es könnte am Rennsonntag noch etwas Regen am Morgen geben. Neuer Curb auf dem Circuit of the Americas. Könnt ihr euch noch an letztes Jahr erinnern, wo Verstappen in der letzten Runde in den Kurven 16 und 17 an Raykönnen vorbeiging? Damit so etwas nicht normal passiert, wurde in den besagten Kurven ein neuer Curb installiert, der zwei Meter lang, ein Meter breit und fünf Zentimeter hoch ist. Außerdem hat ihr vier in den Kurven 1, 11, 15 und 19 Veränderungen vorgenommen. In den Auslaufzonen befinden sich jetzt Temposchwellen, damit die Track Clements wahrgenommen werden. Und jetzt schreibt mir eure Meinungen zu den einzelnen Themen in die Kommentare. Das war's mit den Formel 1 News. Sollte es euch gefallen haben, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um keine meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!